Hi Leute, Desano hier. Es werden immer wieder, immer wieder Fast-SHD-Farms, Glitches und Bugs rauskommen, die einem ermöglichen, ultra schnell zu leveln. Und du wirst sowas nicht verhindern können. Das kann kein Spiel. Es gibt immer irgendwas. So, ich möchte euch aber meinen Weg zeigen, wie ihr Spaß dabei habt sogar. Weil alles andere kann mir jemand erzählen, was er will. Ich persönlich, ich hasse es. Ich finde es absolut unnötig. Es ist mir langweilig wie Sau. Auf die ersten drei Kilometer schlafe ich dir ein bei so einem Kram. Und klar, als der SSD-Farm in Floor 10, im Summit, in Etage 10, als der noch da war und ich das Video gemacht habe, klar ist das auch eine Möglichkeit gewesen, wo man sehr, sehr schnell SAD-Level bekommt. Und es gibt auch schon wieder welche. Aber die Frage, die man sich wirklich für sich selbst stemmen will, ist klar, was bringt es mir? Schnell Level, auch die neue Season beginnt. Man kommt schnell an seine 100 Level. Das war auch die Sache, die für mich okay war, zu machen und wo ich mich, obwohl ich keinen Bock hatte, eigentlich durchgeboxt habe. Weil klar, wenn man sich entscheidet, Content zu machen, dann braucht man den Kram so schnell es geht und dahingehend war das okay. Aber direkt nach den 100 Level war sofort Feierabend bei mir. Und dieses Mal, es gibt diese Möglichkeit nicht und ich will sie auch nicht nutzen. Ich zeige euch die Variante, die ich benutze, die sehr, sehr schnell ist, die richtig viel Spaß macht und obendrein sogar noch gutes Zeug bringt, wenn ihr Glück habt. Und zeige euch eine andere Variante, die auch okay ist und mir persönlich aber der Anspruch fehlt, aber sogar noch ein Tick schneller ist. So, das war ein bisschen viel für ein Intro. Aber wenn euch das Video gefällt und ihr euch freut auf TO17 und Season 11, dann lasst mir ein Abo und ein Like da und schaut doch mal an mir auf Twitch vorbei. So, eigentlich sind diese beiden Methoden nahezu gleich. Außer, dass es halt ein bisschen an der Schwierigkeit gedreht wird und die Art und Weise, worauf geachtet wird, ist ein bisschen anders. Das Ganze hier, ihr seht es, eingestellt, herausfordernd mit allen fünf Direktiven. Ich kann, wie gesagt, bisher immer noch nicht verstehen, warum. Im Summit kannst du alle Direktiven anschalten, wenn du möchtest. Wenn man da Bock drauf hat und mal verschiedene machen möchte, dann kann man das tun. In der Open World geht es leider nicht. Das wünsche ich mir schon die ganze Zeit, weil es sind halt einfach so ein paar Direktiven, die facken mich richtig ab. Die nervt mich ins Grab. Ohne Scheiß. Und auf jeden Fall, um das meiste rauszuholen, je mehr Direktiven ihr einschaltet, desto mehr XP bekommt ihr. Was besonders gut auffällt in der Open World. Ihr seht es hier, nochmal plus 125% XP. Ja, das lässt sich natürlich mit fünf Direktiven und auf herausfordernd deutlich besser, in Anführungszeichen, besser und schneller bewerkstelligen als zum Beispiel auf Heroisch. So, worauf ihr hier dann achten solltet, wenn ihr auf herausfordernd mit fünf Direktiven spielt. Fokussiert euch auf, ich habe eben zurückgesetzt, jetzt rennt natürlich hier keiner rum, ne? Auch hier. So. Fokussiert euch hier auf Ressourcen-Konvois oder Warhound-Kampfhund-Truppen, die hier durchgehend laufen, weißt du mal hier. Im West Portomag Park pendelt dann die ganze Zeit hin und her. Ihr seht es, wenn ihr mal ein bisschen auf der Karte seid, dann habt ihr eigentlich überall Ressourcen-Konvois. Scheiß, wofür gefällt. Hier auch noch einer. Und portet euch so schnell wie möglich hin, farmt den ab und portet dann zum nächsten. So macht ihr richtig gut XP. So, für mich persönlich ist das, das ist noch okay. Ne, also das kann ich auf jeden Fall auch ein bisschen machen. Ist mir persönlich dann aber im Endeffekt trotzdem zu anspruchslos. Ich liebe, viele werden es wissen von euch, ich liebe die Open World. Die Open World ist mit der Beste, was The Division Franchise, besonders The Division 2, zu bieten hat. Und wenn man diese effektiv ausnutzt und, wir gehen das mal rein, in der Direktive, je nachdem, ja klar, zum Start von der Season würde ich versuchen, tatsächlich so gut es geht, alle mitzunehmen. Wohl ein paar von den richtigen Nerven. Aber setzt alle Kontrollpunkte zurück, ändert den Schwierigkeitsgrad auf Heroisch. So, und dann spielt ihr einfach. Ihr spielt einfach. Ihr nehmt nicht nur die Kontrollpunkte mit, sondern auch die ganzen kleinen, die Propaganda und die Territorienkontrollen, weil die geben euch auch nochmal sehr, sehr gut XP und sind relativ schnell abgefrühstückt. Besonders, wenn ihr in der Gruppe unterwegs seid. Genauso werde ich das zum Beispiel auch morgen machen, wenn die Season beginnt. Wir werden, je nachdem wer Bock hat, bis zum Fährertrupp, werden wir in der Open World rumlaufen und dort alles nieder schnetzeln. Der Vorteil hier ist halt wirklich einfach, dass A, auch der neue Loot droppen kann, ne? Der halt mit der Season kommt, dass man nicht ganz so viel, nicht ganz so viel an Optimierungen da reinstecken muss, sondern kann direkt Vollgas geben. Was natürlich nice ist, besonders für die neueren Spieler. Deswegen halt auch die zwei Varianten, ne? Wenn sie so heroisch noch nicht ganz so, wenn man nicht ganz so einfach ist, dann ab, runtergestellt auf herausfordernd mit bis zu fünf Direktiven und dann knallt der Kram, ne? Und das Schöne am Ganzen ist, ich zeige euch hier, ne Liste, die blende ich euch ein. Da könnt ihr, ich lasse die ein bisschen länger, dann könnt ihr die eventuell abfotografieren und oder eben mal kurz drüber schauen. Da seht ihr die komplette XP, die ihr bekommt, die normale XP für die Aktivität, die ihr macht. Also, wenn wir jetzt hier auf heroisch mit fünf Direktiven sind und zum Beispiel einen Kontrollpunkt machen und schaffen diesen Kontrollpunkt, bekommen wir von dem Wert eines SHD-Levels bekommen wir 104,52%. Heißt, wir bekommen mehr XP, als wir brauchen, um ein Level zu erreichen. Heißt, ihr könnt immer damit rechnen, ihr macht einen Kontrollpunkt und bekommt definitiv ein Level. Bei den Elite-Ressourcen-Konvois, wie ihr seht, und bei den Warhound-Konvois sieht das Ganze nochmal krasser aus. Die Warhounds wurden ein bisschen, weiß ich jetzt gar nicht, ich habe jetzt gerade keinen hier zum Gegenchecken, aber die wurden ja wunderbar nicht ein bisschen runtergeschraubt. Hier ist auf jeden Fall Stand TO16.1. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, falls das stimmt oder falls der Wert hier schon der korrigierte ist. Auf jeden Fall wären es halt in dem Sinne fast eineinhalb SHD-Level, was natürlich richtig nice ist. Und die Kontrollpunkte, so wie die Konvois, die sind wirklich schnell erledigt. Ihr seht, selbst wenn ihr ein bisschen weiter runter geht, und ein bisschen weniger einstellt und bekommt ihr trotzdem noch sehr, sehr gut XP. Also ihr braucht da keine langweiligen Kram machen, wenn ihr das nicht machen wollt, sondern fokussiert euch auf den Kram und dann kommt ihr nicht nur in der Season-Wald, sondern könnt auch angenehm und anständig euer SHD-Level. In diesem Sinn, Leute, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Titel-Update 17 und der Season 11. Bin gespannt, was die A5 noch zu bieten hat. Wir werden es sehen. Aber bis dahin, Leute. Macht's gut. Bye. 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 Vielen Dank.